Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Erst vor ein paar Tagen ging das letzte Gewinnspiel auf meinem Kanal zu Ende und heute gibt es auch schon das nächste. Vor ein paar Tagen war ja der Amazon Prime Day oder Amazon Prime Day. Da wurde unter anderem das Honor 5X zu einem ziemlich guten Preis verkauft. Es war eines der Top-Seller und es war ziemlich schnell ausverkauft. Deshalb haben mir die Jungs und Metals von Honor geschrieben und gefragt, was hältst du denn davon, wenn wir auf deinem Kanal ein Honor 5X verlosen? Quasi für all diejenigen, die leer ausgegangen sind und genau das wollen wir heute machen. Ist meiner Meinung nach eine super Idee. Ihr könnt also ein Honor 5X Smartphone gewinnen in der Farbe Gold, wie ich das jetzt eben sehe und ihr seht schon, es ist noch komplett neu, also versiegelt und so weiter. Wurde nie benutzt, also wirklich ein komplett neues Smartphone. Das Honor 5X ist meiner Meinung nach preis- leistungstechnisch immer noch eines der besten Smartphones auf dem Markt. Ich habe ja damals vor ein paar Monaten schon mein Review hochgeladen, da hat es mir sehr, sehr gut gefallen und das hat sich eigentlich immer noch nicht geändert. Also für um die 230 Euro bekommt man hier wirklich einiges geboten. Jetzt aber natürlich die wichtigste Frage, was müsst ihr machen, um gewinnen zu können, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen? Es ist eigentlich genauso einfach wie immer. Ihr müsst nichts liken, ihr müsst auch nichts irgendwie teilen. Das könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne machen, aber wie gesagt, es ist einfach nicht verpflichtend. Das einzige, was ihr bitte machen müsst, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, ist einen Kommentar hier unter dieses Video zu schreiben. Da schreibt ihr mir dann einfach, wieso ihr gewinnen wollt und jetzt ganz wichtig, welcher Punkt oder welches Feature euch am Honor 5X am besten gefällt und dann nehmt ihr auch schon am Gewinnspiel teil. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird natürlich wie immer rein zufällig gezogen, aber ich werde schon darauf aufpassen, dass jemand gewinnt, der einen sinnvollen Kommentar geschrieben hat. Wer jetzt irgendwie das Ganze nur mit einem Wort oder zwei oder drei Wörtern kommentiert, der wird das Ganze nicht gewinnen. Kann ich euch versprechen. Mehrfach Kommentare sind natürlich auch ausgeschlossen. Also versucht das Ganze bitte gar nicht. Es bringt einfach nichts. Ihr habt dann ab heute genau 14 Tage Zeit, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Die genauen Fristen, Regeln, Teilnahmebedingungen und so weiter. Das steht aber wie immer noch mal unten in der Videobeschreibung. Also lest euch das bitte durch, wenn ihr teilnehmen möchtet. Wie immer werde ich auch kein extra Auslosungsvideo machen, indem ich dann bekannt gebe, wer gewonnen hat. Stattdessen werde ich wie auch schon die letzten Male auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram bekannt geben, wer gewonnen hat. Wenn ihr mir da also noch nicht folgt und immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr das jetzt sehr, sehr gerne nachholen. Die Links werden jetzt eingeblendet und ihr findet sie dann natürlich wie immer auch noch mal unten in der Videobeschreibung. Ich werde dann natürlich, wenn das Gewinnspiel zu Ende ist und wenn der Gewinner oder die Gewinnerin ausgelost wurde, den Kommentar, der gewonnen hat, hier unter diesem Video kommentieren. Da werde ich dann sowas schreiben wie, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Schreib mir doch bitte hier auf YouTube eine private Nachricht mit deinen Adressdaten. Das macht ihr dann bitte auch und dann werde ich euch das Honor 5x so schnell wie möglich zusenden. Nur ein kleiner Hinweis an der Stelle. Passt bitte, bitte auf, dass auch wirklich ich euch schreibe. Das könnt ihr ganz einfach erkennen, wenn neben meinem Namen, also dem Swag-Tab, so ein kleines Verifiziert-Häkchen steht. Wenn ihr da mit der Maus drauf geht, also wenn ihr am PC seid, dann steht da auch noch mal verifiziert, also dass euch da keiner irgendwie linkt. Aber ja, das war's. Es ist wirklich ganz einfach. So einfach wie immer. Ihr könnt ganz einfach teilnehmen. Ich hoffe natürlich, ihr freut euch. Ich wünsche euch ganz viel Glück bei dem Gewinnspiel und es geht auch noch mal ein fettes Dankeschön an Honor, denn wie gesagt, die haben das Ganze hier erst möglich gemacht. Jetzt aber noch eine ganz, ganz große Bitte. Wenn ihr denn teilnehmen wollt, ich habe es eben schon erwähnt, lest euch bitte, bitte nehmt euch eine Minute Zeit und lest euch die Videobeschreibung durch. Da stehen, wie gesagt, noch mal alle Regeln und vor allem auch die Fristen, also wie lange das Gewinnspiel geht. Ich habe es ja schon gesagt, 14 Tage, aber ich habe es in letzter Zeit, also bei den letzten Gewinnspielen einfach erlebt, dass die Leute sich das nicht durchlesen. Schreiben wir dann schon nach drei, vier Tagen, ja, wer hat denn gewonnen? Wieso hast du es nirgends bekannt gegeben? Weil das Gewinnspiel natürlich noch läuft. Also wie gesagt, es dauert 14 Tage und ich werde dann natürlich auch nicht eine Minute, nachdem das Gewinnspiel zu Ende ist, den Gewinner auslosen, weil das Gewinnspiel bis 23.59 Uhr geht und irgendwann muss ich schlafen. Aber wie gesagt, dann am nächsten Tag werde ich relativ zeitnah bekannt geben, wer gewonnen hat. Ihr kennt das Spiel. In diesem Sinne, jetzt habe ich genug erzählt. Ich wünsche euch ganz viel Glück, viel Spaß beim Teilnehmen und ich hoffe einfach, ihr freut euch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage wie immer, ciao, bis zum nächsten Mal.